Willkommen bei cafotos.de zu einer neuen Fotokritik Folge 39 und ihr seht heute erwarten uns viele Bilder aus der freien Natur. Deshalb steigen wir direkt ein und das erste Bild kommt hier von Armin Lettenbauer, der uns ein Bild gemacht hat mit extremer Hintergrundunschärfe und im Vordergrund finden wir dann hier so ein paar Pflanzen mit einem Schmetterling drauf. Und prinzipiell muss ich mal sagen, dass ich gut finde, dass du versucht hast hier das ganze schön freizustellen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du ein Stativ benutzt hast, schwierig jetzt hier zu sagen, könnte sein, könnte auch nicht sein. Aber falls nicht, dann ist das hier eine Kombination, die ist absolut in Anführungszeichen tödlich. Denn 250 mm Brennweite und die mit einer 80 Sekunde, das funktioniert einfach nicht aus der Hand. Und da wären andere Werte auf jeden Fall besser gewesen. Vor allen Dingen mindestens mal eine 250 Sekunde, um einfach hier die Sache aus der Hand halten zu können. Das meine ich damit. Blende 6.3, das ist wahrscheinlich dem Objektiv geschuldet bei dieser Brennweite. Und ISO 400, um letztendlich überhaupt mal in einen Bereich zu kommen, der ein korrekt belichtetes Bild überhaupt ermöglicht hat. Aber da hättest du auf jeden Fall höher gehen können und dann hier kürzer belichten können, dann wäre sowas wie eben diese Unschärfe hier dann nicht mehr drin gewesen. Und selbst wenn du hier ein Stativ benutzt hast, ist das hier eine Zeit, die bei ein bisschen Wind und diese Pflanzen, die sind ja jetzt nicht so stabil, da ist ein kleines Liftchen ausreichend, damit sie ganz ein bisschen hin und her wackeln. Und dadurch bekommen die dann diese Unschärfe. Also selbst aus dem Grund hättest du müssen oder besser sollen, kürzer belichten. Also hier vielleicht eine 320 Sekunde oder sowas in dem Dreh. Es sollte wahrscheinlich mehr hier um diesen Schmetterling gehen. Deshalb finde ich die Perspektive auch nicht sonderlich gut gewählt, denn so wirklich erkennen tut man von diesem Schmetterling nichts. Vielleicht wäre die Position von hier oben runter besser gewesen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber so finde ich es als Hauptmotiv im Bild, ja, für das Hauptmotiv ist das Gesamtbild zu unaussagekräftig in meinen Augen. Was aber sehr schön ist, ist natürlich dann das Bokeh im Hintergrund. Das ist natürlich dann dieser langen Brennweite geschuldet. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie man eben solche Freistellungen hinbekommt durch Blende, Brennweite, den Abstand und so weiter. Also das verlinke ich gerne mal in der Videobeschreibung für diejenigen unter euch, die das Video noch nicht gesehen haben. Ja, im Grunde, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Vielleicht wäre es dann auch cooler noch gewesen, das Ganze nicht so mittig zu platzieren, sondern vielleicht eher dann hier in dem Bereich und dadurch auch ein bisschen mehr von diesen Pflanzen noch rein zu bekommen. Oder, ja, einfach ein bisschen sich rumzudrehen, um diesen Bereich und vielleicht einen besseren Spot zu finden. So, nächstes Bild und, oh, das ist ja echt Wahnsinn. Also das ist echt ein richtig geiles Bild, finde ich. Muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Ich schaue mir die Bilder nämlich vorher grundsätzlich nicht an, damit ich da so ein bisschen unvoreingenommen bin und da mir einfach die Sachen mit euch zusammen anschauen kann. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben hier einmal einen Horizont, sehr schön gerade. Im Grunde auch so ein bisschen, ja, fast in diesem Zweidrittelbereich. Die Sonne wäre vielleicht ein bisschen weiter rechts cooler gewesen. Cooler ist in Anführungszeichen, ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten, diese Farbstimmung, super. Ich schaue jetzt mal gerade nochmal die Werte hier an. Das interessiert mich nämlich jetzt. Schauen wir mal. Ja, Blende 10 hier, auch gut gewählt. Dadurch bekommen wir dann so ein bisschen diese Bildstrahlen hier von der Sonne. Das wäre bei einer Offenblende natürlich nicht der Fall gewesen. Aber es ist ja auch ein Landschaftsbild. Dann nimmt man auch in der Regel eine geschlossenere Blende. Und ISO 100, also auch das richtig gemacht. Und dann hier mit 10,5 mm der Roman B hier dieses Bild gemacht. Auch die Farben richtig, richtig cool. Wir haben einen Vordergrund. Auch diese Verzerrung, diese in Anführungszeichen geringe Verzerrung von dieser Brennweite hier in dem Bereich. Das wirkt schon sehr cool. Das wirkt so ein bisschen einrahmend, weil es alles so ein bisschen so geschwungen ist. Das ist echt sehr cool. Hier dann noch diese Brücke und eine extreme Weite drin. Also, was soll ich dazu sagen? Wirklich ein sehr, sehr geiles Bild. Hast du gut gemacht. Okay, danke für die Einsendung des Bildes. Wir kommen zum nächsten Bild. Das ist ein Foto von Dennis. Der hat das eingesendet. 125 Sekunden Blende 79 ISO 200. Okay, das ist irgend so eine andere Kamera, weil 4,9 mm, das kann ja nicht sein. Also, mit einem hohen Crop-Faktor sehr wahrscheinlich. Okay, schauen wir doch mal. Schwarz-Weiß auf jeden Fall. Das sehen wir ja schon mal. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool, weil sich dieses Muster von diesem Gras, in dem sie liegt, dann noch mal in ihrem Kleid so ein bisschen drin findet. Also, auch so extrem, in Anführungszeichen, Unruhe drin. Und dadurch erscheint sie zunächst mal wirklich als Teil von diesem Untergrund. Dann hier eine recht symmetrische Pose. Ich hätte vielleicht hier an der Stelle die Hand gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Sieht sehr verkrampft aus. Und ich hätte ihren Blick auf jeden Fall ein bisschen weiter nach unten gesenkt, dass man noch ihr zweites Auge hier sieht. Das ist nämlich komplett verschwunden. Das ist ein bisschen schade. Und auch, dass das eigentliche Auge hier ist nicht ganz zu sehen. Das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Aber so die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Schwarz-Weiß finde ich auch ganz cool hier. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Auch das ist jetzt sehr symmetrisch, ja, sehr mittig. Aber dadurch wirklich hier so ein Kreuz im Grunde. Und auch das Bildgestalterisch finde ich dann eigentlich ganz gut gelöst hier. So, nächstes Bild von Kai. Kai hat leider keine Metadaten mit reingepackt in das Bild. Das macht aber nichts. Was haben wir denn hier? Sonnenauf- oder Untergang. Extremes Bokeh wieder. Ja, der ganze Hintergrund ist weit weg. Und wir sind sehr dicht hier am Objekt dran. Leider ist das Objekt nicht ganz scharf. Das ist wirklich ein bisschen schade. Da wirklich darauf achten. Wenn man solche extremen Freistellungen macht, dann muss einfach das Objekt, was fokussiert wird, das muss dann auch knackscharf sein. Ist jetzt nicht extrem unscharf. Aber die Schärfentiefe reicht eben nicht komplett aus, um das hier überall scharf darzustellen. Und hier hätte ich auf jeden Fall noch ein klein wenig aufgehellt, dass man das noch ein bisschen besser sieht. Das Ganze hier oben aus der Ecke heraus. Sehr cool, weil diese Äste hier, die hängen ja auch in der Regel so ein bisschen. Von daher kann man das in der Richtung ruhig mal machen. Ein bisschen störend finde ich dieses Element hier. Vielleicht hättest du das noch vorher beseitigen können. Das scheint ja auch nah an dir dran zu sein. Ja, aber ansonsten mit diesem Licht von hier hinten. Ja, und dann diese passive Auffällung hier. Natürlich, hier muss es dunkel sein. Ist klar, hätte man danach bearbeiten, ein klein wenig auffällen können. Darf man natürlich nicht zu viel machen, sonst wirkt es insgesamt wieder unstimmig. Aber ja, ist auch ein schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch gut vorstellen, das Ausdruck auf eine Leinwand und dann aufgehangen. Also das ist so ein typisches Makro in Anführungszeichen Bild, was man sich wirklich mal ausdrucken kann. So, dann kommen wir zum nächsten Bild. Und ohne jetzt zu wissen, wer es eingesendet hat. Ich hätte mich jetzt vertan. Ich dachte jetzt eigentlich, ich glaube, Richard Puhl oder Puhl sendet immer gern ein Hundebild ein. Heute kommt das Ganze von Samuel und das ist auch sehr cool. Gleich zwei Vertreter ihrer Art hier auf einem Bild. Beim Spazierengehen, beim Rumtoben, beim Spielen und hier in vollem Flug eingefangen. Und da müssen die, leider die Kameradaten auch nicht dabei. Die müssen natürlich extrem gut gewesen sein, sonst bekommt man das so nicht hin. Also sehr kurz belichtet. Die sind hier wohl extrem flott unterwegs. Vielleicht nur zwei Taunendstel Sekunde. Dann natürlich einen guten Autofokus, der hier das Ganze blitzschnell fokussiert hat. Und dann natürlich, ja, wahrscheinlich im Burst Modus gewesen, um einfach aus einer Vielzahl an Bildern eben hier einen guten Blick hier und auch einen guten Blick hier zu erwischen. Und dann passt das, ja. Sehr schönes Bild, viel Action im Bild drin, coole Farben, Sommer. Aber ich glaube, da schwingt direkt der Spaß, der vor Ort war, schwingt da mit. Okay, auch damit sind wir schon am Ende dieser Fotokritik. Ja, und dann heißt es für mich nochmal, ein Bild auszuwählen. Und auch ihr sollt bitte ein Bild auswählen. Schreibt mal in die Kommentare, ja, welches Bild euch heute am besten gefallen hat. Ich denke, mein Favorit, der ist jetzt ganz eindeutig schon hier mitgeklungen von meiner Seite aus. Jetzt war es das hier. Auf jeden Fall, das ist wirklich Hammer. Also die Farben, alles. Also an dem Bild hier ist wirklich alles stimmig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deshalb heute mein Favorit. Wenn ihr auch mitmachen wollt bei der Fotokritik, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link drin, über den ihr mir Bilder einsenden könnt. Macht das aber bitte so, dass ihr ein einziges Bild hochladet, nicht 10. Weil ich werde dann, ich sehe das ja, dass die von euch sind. Und dann suche ich mir da auch nur eins raus von euch. Weil es machen so viele mit und soll natürlich jeder mal zum Zug kommen und nicht ewig warten müssen. Deshalb bitte nur eins hochladen. Wenn das dann abgelehnt wird von mir, dann bekommt ihr eine E-Mail. Und dann könnt ihr gerne nochmal eins hochladen, aber nicht 10 auf einmal. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.